Ich erwarte absolute Loyalität. Ihnen gegenüber, Herr Schwarz. Das auch, aber vor allem dem Unternehmen gegenüber. Ich verstehe, darauf können Sie sich verlassen. Wir scheinen, Sie sind ein Teufelskerl. Agieren. Eindrucksvoll, Herr Schwarz, was Sie da für Ihr Unternehmen skizziert haben. Ja, danke, danke. Wir verkaufen nach außen mehr Speed, als wir wirklich performen. Mit jemandem Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Worauf warten Sie ab an die Börse? Die Typen kauften eine... Und in drei Jahren sind wir am Tech-Dach. Wir wollen in den richtigen Dach. 25% sind die Schönheit des Wachs. Was du nicht sagst. Wir sind klassisch Urwald-Laufklagen. Was? Wir haben die Infrastruktur eines solchen Zahlungsvorganges organisiert. Asien, meine ich hätte Asien. Eines Tages will ich raus aus dieser ganzen mediokren Soße. Wann möchten Sie die Villa Alphons denn beziehen? Na, wenn es geht sofort. Was du nicht sagst. Daher weht der Wind. Drei sind eine Party. Win, win, win. Die die mich gerade durch die Decke. Wenn etwas zu durch die Decke muss, dann was sein. Mein Gartenzwerg. Die haben einen Gartenzwerg vor mich. Auf den Boden geschmissen. Was klingt denn erstmal nicht so schlimm? Wenn Sie mich fragen. Das stinkt zum Himmel. Vom Kopf. Der Fisch. Himmel oder Fisch reißt das Oberfaul. Dann schleudert doch das Ding wieder auf den Boden. Du Schlang. Meine Rede. Ich bin Cordelia Hu. Ich bin nicht Paradies jetzt. Du bist es. Du, 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 du. Soll ich mitschreiben? Nein. Was führst du im Schlange, du falsches Schild? Thick-Tank-Bang. 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 T-T-B. T-T-B. Also ich brauche SchauspielerInnen, um in Singapur eine Bank darzustellen. Die Herren von C&Y sind... Da ist es, ja! Das Ding ist gefunden! Ja! Das ist ein Himmel. Das ist ein Himmel. Wir haben alles immer so viel. Ja, die Glocke.